Willkommen zurück bei Father and Son Play of Fun. Da wollen wir mal gucken, was für Herausforderungen heute anliegen. Brombeeren sammeln, Elche gehäutet, da muss man schon Glück haben. Warte, ich habe heute am Lagerfeuer gekocht, kriege ich hin. Händler, Langerhannes Spezialrezept, perfekte Tierkadaver. Waren, ach, weit entfernt, mache ich nicht. Trinken kriege ich hin. Eine Minute getanzt. Ein paar Flaschen wegbringen, etwas in Wildnislager für Hormone. Zähigkeitstonika, ja dann. Wollen wir mal gucken, ob wir schon kochen können. Jawohl. Erste Aktion erledigt. Reifen wir ein Pferd ran. Ich hatte gehofft, dass hier vielleicht Elch gespawnt ist, aber... Nö. Da ist ziemlich tote Hose. Ja. Wie heißt es so schön? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Achso. Knapsflasche trinken wir jetzt nicht klug. Den Zähigkeitstonika. Da reisen wir mal eben. Eine kalte Ecke. Dann schauen wir mal. Aha, er friert schon. Das ging schnell. Hälfte erledigt. Hier knuspert's. Das hat gelohnt. Hier auch. Und sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Äh. So. Elche. Mit ein bisschen Glück ist hier legendärer Elch. So. Schnapsflasche trinken. Können wir jetzt machen. Wo ist es? Da ist es. Oh, wunderbar. Mais. Was brauchen wir nicht? Wie wollen wir uns rein? Ach, macht das Spaß. Eine Runde. Nach dem Feierabend. Aha. Hier ist ein anderes legendäres Tier. Oh, mal eben. Die Nummer machen. Oh, erledigt. Ja. Das wisst ihr ja schon. Da bin ich nicht so berühmt drin hier. Oh, Wölfe. Das kann jetzt auch noch gebrauchen. Ach, was soll's. Das ist aber auch schnell. Das gibt's ja gar nicht. Da bin ich noch nicht. schon ein paar mal, also Fell abziehen. Aufladen, weiter geht's. Hier so, wenn wir mal die Einstellung dann sieht man das ja nicht so. Denka-Dava nehmen wir auch mal mit. Den können wir ja noch verschnacken. Ja, könnten wir Glück haben mit dem Elch, aber sehen wir ja gleich. Oh, selbstgemachte Munition gleich nehmen. Ah, der Weg ist hier auch richtig prickelnd. Ja gut. Das war ja jetzt quasi gar nicht zu verhindern hier. Tja schade, Kanellich. Machen wir uns vom Acker. Tja. Tja. Ach, ist das entspannt. Hier eine Runde durch die Natur. Auch wenn sie nur virtuell ist. Oh. Der arme Kerl. Und schon haben wir eine Fallschwitze gefunden. Aber das Fell nehmen wir auch noch mit. 22 Uhr. Wo könnte jetzt noch ein legendäres Tier sein? Ach, was soll's. Der Abend ist ja noch lang. Ja, viel zu euch satt. Nur kein Elch. Können wir nicht. Können wir nicht irgendwie perfekte Tierkadaver mitbringen oder so? Schon mal einen mitnehmen hier. Wie kein freier Lagerplatz. Was soll das denn? Was soll das denn? Na morgen mal. Oh, wir können gar nichts spenden. Oh, 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 oh. Das ist nicht so gut. Ja, dann verkaufe ich das erstmal. Dann machen wir erstmal Cash. Oh, was schnappen. Oh, was schnappen. Oh, was schnappen wir mal eben bei Gas. Logo. Da bin ich hier am nächsten dran. Oh, man. Oh, man. Oh, ich bin hier. Okay. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ja. Ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, nein. Oh, das wäre das Kiste. ja wie immer gilt der spruch wenn schnell gehen soll jetzt gar nicht verschnacken wir das noch mal eben und dann war erst mal schluss schon ein paar aufgaben für heute erledigt damit kann die serie weitergehen die aufgaben serie nicht abreißen lassen hier gab es doch brumbeeren wenn ich noch mehr schon ein paar gesammelte haben hier jetzt noch so ein brumbeer busch das wäre doch toll das denn wo war das denn Aha. So. Ich habe schon mal vier Stücke Futter. All right, let's have a look seat. Ja komm, hau rein, Kollege. So. Ein paar Dinge erledigt für heute. Ich denk den Rest. Mal in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. Ist gut, lieber Christi. Was? Ja, oder?